Noch ein wenig einstimmt, Viktor Heilgrimson im Tor, Stürmison, Jonsson dabei, beide aus der Bundesliga, geht das mal durch, im Prinzip nur der Rechtsaußen hier im Moment der 22 gegen Lukas Mertens und der Torhüter, nicht in der Bundesliga aktiv, aber zu allen anderen gleich noch mehr. Erster Angriff mit Gnor, mit Köster. Und jetzt schon den ersten sieben Meter nach Foul des Leipzigers Vigo Christianson an Juri Knor. Im Kreis gestanden, im eigenen, dazu der Hüfteinsatz gegen Knor und der gefaulte, dürfte selber, haben wir gestern schon gesehen, Juri Knor. Erster sieben Meter Schütze im Team von Gislason und erstes Tor des Tages. 40 Minuten konnte man ihn nur loben. Juri Knor, 40, 45 Minuten, dann ist er rausgegangen. Herr Friedrich Gislason hat dann kräftig durchgewechselt, das ist natürlich ein Grund, hat er bei einer Wettbewerbspartie wahrscheinlich nie gemacht. Auch hatte er erst Wolf rauszunehmen, den starken Mann aus Kielze, einziger Legionär im Team der deutschen Mannschaft, im Kreis der deutschen Mannschaft. Ja, und dann der Rückwechsel, also Knor und Wolf kamen dann doch wieder zurück. Hatten aber schon irgendwie die Betriebstemperatur runtergefahren. Köster über die zweite Welle, guter Rückzug der Isländer. Superpass mit dem linken Arm und dann holt er den sieben Meter raus, weil er von Wiedersson, dem Gummersbacher, vorher gehalten wird. Superpass von Patrick Grützki. Ja, dann schnellt der linke Arm hoch von Victor Heigrimson. Gestern konnte er nicht zeigen, was in ihm steckt. 22 Jahre alt, spielt enorm beim Champions-League-Teilnehmer aus Frankreich. Ich habe ihn vorher beobachtet, hat sich sehr intensiv schon anderthalb und zwei, fast zwei Stunden vor dem Spiel warm gemacht. Zeichen springen und jetzt ist er da. Also im Rückraum mit Christianson. Man kann sehen, das ist Johnson. Rechter Rückraum gesetzt mit Christianson. Das ist der Hüftwurf vom Melsunger und Wolf ist da, zweimal da. Wichtig für ihn, er zeigt schnell die Faust, auch wenn es für diese Aktion im Nachgang dann den sieben Meter gibt. Erst diese Parade gegen Johnson und dann das Foul von Helfner, deswegen sieben Meter für die Isländer. Ähnlicher Spielertyp wie Magnusson übernimmt auch dessen Paraderolle vom Punkt 1-1 durch Leipzigs Topscorer. Das Einlaufen von Mertens von den Außen, das ist immer wieder so eine Auftakthandlung. Oh, da ist die Hand im Gesicht von Gislason. Direkt zwei Minuten, die beiden Mannschaftskameraden aus Mannheim. Da geht es ordentlich zur Sache. Schauen wir genau hin. Ja, da kommt die Lange. Oh ja, ganz klare Aktion gegen Hals und Gesicht. Und da kann er hadern mit dem Pfiff. Völlig okay. Kurze Shakehands. Und weiter geht es. Gute Gelegenheit, auch das Überzahlspiel mal zu praktizieren. Kommt direkt Jannik Kohlbacher rein, hat den Ball da in der Hand, auch Philipp Weber. Also Knorr und Köster raus. Und diese Überzahl spielen sie nun mit zwei Kreisläufern, die jetzt an die 6-Meter-Linie rangehen. Weber, wahrscheinlich der Entscheidungsspieler in diesem Moment. Ja, falsche Entscheidung. Kein gutes Timing für den Pass. Päfner war schon viel weiter an der Deckung dran. David Gislason sieht ihn ja auch, den Magdeburger. Nur noch auf der Halbposition. Die Spielsteuerung vertraut der Bundestrainer Juri Knorr an und Lukawiczke. Das war der Mannschaftskollege von Philipp Weber. Und nächste Parade von Andreas Wolf. Ja, da war das Tor natürlich leer. Hat Lukas Mertens in meinen Augen etwas zu spät erkannt. Macht die kurze Ecke dicht an die Wolf. Immer noch Überzahl. Jetzt wieder Kohlbacher raus, Köster rein. Entscheidungs-Spieler Juri Knorr gibt sieben Meter nach dem Foul an Johannes Goller. Foul und, da sehen wir es, Gisli Christianson, kein geborener Abwehrspieler. Und jetzt wieder Kohlbacher. Und jetzt wieder Kohlbacher. Im Kreis. Dritter sieben Meter. Zweiter Treffer Juri Knorr. Juri Knorr. Juri Knorr! 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 aus leipzig auch der linksaußen spielten ansatzlos kaum qualitätsverlust wenn biko christiansson reinkommt schnelle mitte und diesmal kein foul zumindest keins das einen sieben meter nach sich zieht wie das gegen knor aktion erst mal hier ansatzlos über den scheitel von andy wolf deutlich vor dem sechs meter kreis deswegen richtige entscheidungen der polnischen und parteiischen also es fehlt noch ein tor aus dem spiel heraus vielleicht jetzt über golla der lange wartet auf die erste reaktion des tohüters und dann veraufsetzer 3 2 gestern nicht zufrieden mit sich dies liegt christiansson gerade zwischen ihm und seinem kongenialen partner sehr viele missverständnisse das ist schön ausgespielt auf dem mann mit der 22 sich bei die jürgen gut jonsson der spielt in colstadt zwei jahre gemeinsam mit wolf in kielze und der nächste treffer der dritte durch juri knor machte sich stürmison auf dem spielmacher der deutschen mannschaft bequem in der endphase war sein pendant nicht mit ihm zufrieden hat das auch deutlich bei uns im interview erwähnt und dann dieses eingreifen von christiansson gegen den nächsten mannschaftskameraden das ist lukas mertens sieben meter würdig ja da hat das übertrieben dann um den gedanken zu ende zu bringen mit der risikobereitschaft gehört natürlich zu seinem spiel dazu das brauchen sie aber sie brauchen auch die coolness des juri knor wie in diesem fall in der crunch time und 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 grenzwertig der körpereinsatz von golladin widersson das ist das anspiel von christiansson kreisläufer aus gummersbahn auch unter einem isländischen trainer auch die tradition ist groß lange zeit der beste links außen der welt gut ja mal oder siegertson macht dort seine ersten erfahrungen als trainer gute erfahrungen denn er hat den altmeister aus dem oberbergischen in eine gute position in der bundesliga befördert der aufsteiger das der treffer von gislason zum 5 zu 6 lapsus von gröcki dann in den kreis gelaufen unter den kreis betreten deswegen freiwurf für die isländer durch die beine der treffer von gislason gegen andreas volk chance für die isländer wieder auszugleichen auf initiative der mannschaft und des umfelds musste sich alfred gislason dann doch in der vorbereitung umstellen ja schon gemacht vor den letzten turnieren deutlich zu viel trainiert kai helfner lange jahre hier in hannover aktiv und der links hinner mit seinem tor zum 7 zu 6 also mit hoher arbeitsmoral ganz klar gehen sie es an aber eben doch dosierter weil du in der vorbereitung die spieler natürlich kaputt trainieren kannst und solltest denn am ende zählt es beim turnier immer um abläufe das sind diese anspiele legte ihn über die schulter nach hinten gut die uns an ist land führt ähnliche würfe hat er dann und pesse vor allen dingen hat er dann auch gezeigt mit juri knorr als es galt nicht in rückstand zu geraten treffer julian köster aber wenn man ihn aufstellt juri knorr dann kauft man das mit und wahnsinn hohe risikobereitschaft alles hängt beieinander bei mann aus norddeutschland der seit zwei jahren in mannheim spielt viel gelernt hat von andy schmied und andy wolf wieder da über juri knorr der die pässe dann bekommt positioniert sich johannes goller der flensburger gut 9 8 für deutsche bodenpass helfner goller nächster treffer durch den kreisläufer und den kapitän mittelblock mit ihm und julian köster hat gestern schon gut funktioniert müssen sich natürlich finden einstellen wann übernimmt man wann lässt man besser die hände weg starke aktion von wolf gegen christianson jetzt legte ihn ab und da stehen einige isländer im kreis auf wenn christianson anzeigt ich weiß nicht nächster sieben meter noch mal wie er den jetzt hier ablegt und da steht nicht nur einer das uns sondern deren zwei mitten im kreis tolle aktion von andy wolf vor sieben jahren in polen ist sein stern so richtig aufgegangen der jüngste im kader gegen den ältesten isländer mit jörg gegen pal gustavson der aber nur für den siebener reingekommen ist 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 6 5 5 6 6 6 Der Mann, der so gut performt bei den Rhein-Neckar-Löwen, Jujuel Birlin, hat ja den Vorzug vor Till Klimke bekommen, war selbst überrascht von seiner Nominierung für die WM. Gestern gut reingekommen, dann nachgelassen, jetzt deutlich früher im Spiel gegen Vigo Christianson. Aber auch im zweiten Versuch trifft der Leipzig. Jetzt Christoph Steinert statt Kai Häfner, also er wechselt früher, Alfred Gieslersson als gestern und nicht so blockweise. Da haben wir den Erlanger und er holt mit der ersten Aktion direkt mal den Strafhof heraus. Schubsen vom Mann mit der 6, hier von Elva Heisgersson. Lange verzögert, dann fast ein Leger neben dem Kopf von Harry Grimson. Der wird jetzt wahrscheinlich nochmal, ja, über den Kopf sogar, logischerweise. 11 zu 9. Mitte der zweiten Hälfte. Auch bei den Löwen, die 7-Meter-Schütze Nummer 1 durch die Verletzung von Udo Gensheimer. Technischer Fehler, Islams. Wenn man von der Königsposition, linker Rückraum, das ist es immer noch. Genauso Hans-Aluminium wie Askerson. Jetzt kommt Matthias Andersson dazu, schwedischer Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und guten Austausch, eine gute Stimmung, gab ja auch immer mal wieder Irritationen über Andreas Wolf, der sich nicht so integrieren ließ. Der im Tunnel blieb, nicht nur auf dem Feld, sondern auch, wenn es dann abends ins Hotel ging. Aber, wie man hört, hat sich der große Wolf dann doch über die Jahre jetzt entwickelt. Älter geworden, spielt im Ausland. Auch mal einen Psychologen beauftragt. Kleiner Ringkampf zwischen Gieslasson und Johannes Goller. Der eine hatte das Trikot quasi ausgezogen, der andere offenbar. Ja, hier einen kleinen Kinnhaken mit in den Elbogen bekommen. Gute Leistung, unaufgeregte Leistung der polnischen Schiedsrichter nach knapp 19 Minuten. Ja, dieses Tempo, was der da aufnimmt, Knor ist der Wahnsinn. Gutes Einlaufen von Grötzki. Der beste Grötzki aller Zeiten. Im gesetzten Handballalter von 33. Gibt ein paar, die das sagen und deswegen auch zurückgeholt in den Elitekreis von Alfred Gieslasson. Den hat er geahnt. Allerdings ganz schwache Aktion von Asgerson. Und dann drückt Gudmundsson auf den sogenannten Buzzer aus Seid-Island. Ich lasse ihn mit der isländischen Sprache mal alleine, liebe Zuschauer. Ja, da steht kein Wort. Klingt aber gut. Aufmunternd von Gudmundur. Gudmundsson braucht auch gar nicht die Taktik-Tafel, sondern es ging wahrscheinlich eher um die Mentalität in Konzentration, Emotionalität. Und das ist der Bruder Wüste. Und auch Veränderungen beim deutschen Team. Keine Pause für Johannes Goller. Simon Ernst ist da, der Mann aus Leipzig. Im Mittelblock jetzt mit Julian Köster daneben. Janik Kohlbacher. Einer der vier Löwen im Team. Wobei, der Mannheimer Löwe muss man dazu sagen. Das Maskottchen im Bergischen der BRC. Ist auch ein Löwe und verlieben Ghibli. Und Bengge dabei. Großtat, nächste Großtat von Andi Wolf. Diesen Wolf braucht es auch in Polen. Und einer der Lieblingsspieler von Alfred Gislason ist Christian Steinert. Natürlich wegen solcher Aktionen. 14 zu 9 klingt gut. Aber er deckt gut. Und spielt das System, das Gislason vorgibt. Und hier nochmal Wolf mit einer seiner fantastischen Paraden. Hat körperlich wieder etwas zugelegt. Hat er ja mal extrem abgenommen. Und wirkt für mich sehr gut austrainiert. Sehr beweglich. Und trotzdem ist er natürlich eine imposante Gestalt. Nächster sieben Meter nach dem Foul. Doppelfoul an Magdeburg Gislief Christiansen. Kommt wieder Joel Böller. Wieder verladen. Wieder in die rechte Ecke zuerst. Angetäuscht. Diese Bewegung macht Böhrlehm da mit. Und dann ist da ziemlich viel Platz. Und jetzt der linken Torhüterseite. So noch sieben halben Minuten. In der ersten Hälfte. Eben habe ich aus Versehen mal von der zweiten gesprochen. So weit sind wir noch nicht. Und das ist gut. Denn es macht Spaß, was die deutsche Mannschaft hier zeigt. In der Messehalle in Hannover. Immer unter dem Aspekt, dass zwei Top-Spieler Islands heute nicht dabei sind. Links hinter Magnusson. Und Rechtshänder Aaron Palmasso. Kein großes Wunder, dass er da wirft. Konnte beim Schaden erahnen. Stimmwurf an den Pfosten. Es ist gar nicht so leicht, den Ball dann rüberzuspielen. Da ist so viel Harz dran. Deswegen das Lachen von Björk von Gustafsson. Auch ein Christianson. Auch ein Linkshänder. Das ist der Rechtshänder aus Magdeburg. Und das ist, ja, Janik Kohlbacher. Kein Foul von Christian Irn. Christianson hier wieder am Ball. Der Linkshänder macht er gut. Hinten der Stil. Vorne der kurze Wackler. Hälfte Tor für Island. Wie wenig über links bei der deutschen Mannschaft. Lukas Merken ist quasi kaum in Szene. Die Beschwerde von Gustafsson in Richtung Knorr und in Richtung Schiedsrichter. Das sei ein Kopftreffer gewesen. Ob er wirklich fuchsteufelswild, sehen wir vielleicht gleich, wenn die Kamera rüberschwenkt auf den isländischen Torhüter. Er zeigt seine nächste Parade und jetzt die Ermahnung der Karte folgerichtig. Aber, ich glaube, zeigt er an, hat mich am Kopf getroffen. Da kommen wir mal hin. Da gibt es eine eindeutige Regel. Ja, ist natürlich Arm dabei und Kopf. Aber nimmt das in Kauf und die Regel heißt dann tatsächlich, dass die Kopftreffer rausgenommen werden sollen. Bei freien Würfen an den Kopf gibt es sofort die rote Karte, also vom 7-Meter-Punkt. Und in der Hauptsache bei solchen Würfen wie von Knorr, gerade aus der Bewegung, sollte es mit zwei Minuten bestraft werden. Rotenpass auf Kohlbacher, 15-11. Das kam vom Gummersbacher Julian Köster, der sich in WM-Form spielt, so allmählich. Und Gustavsson hört gar nicht mehr auf. Hat sich jetzt der Supervisor eingeschaltet, quasi als Mediator, weil Gustavsson fast schon auf Knorr jetzt losgehen will. Und dann kommt es schon wieder zu diesem Duell. Also, ich würde erst mal sagen, bitte an dem Mann, der in Magdeburg und beim Bergischen HC lange Jahre gespielt hat, Jürgi, dass er doch mal zum Cooldown langsam ansetzt. Jetzt wieder im Austausch. Ja, also in der Tat sieht man diesen Ballabdruck. Unabhängig davon, dass er natürlich auch einen roten Kopf von diesem ganzen Palabe jetzt bekommt. Aber fünf Minuten ist Pause. Und ich vermute, vorher wird die Geschichte schon dann durch sein. Aber der Mann da hinten drin, das ist der Wortführer. Trotz all der Stars hat sich bei der letzten WM-EM-Fast 22 über das unfaire Verhalten der Dänen geärgert, die mit der zweiten Garnitur gespielt haben. Der nächste Treffer im Privatduell, Knorr gegen Gustavsson. Und das ist der Linkshänder, Christiansson. Ja, und jetzt im Vorfeld der WM hat sich auch Gustavsson zu den rigiden Corona-Bestimmungen der IHF geäußert. In einem offenen Brief hat auch anwaltliche Beratung eingeholt. In Schweden ist die Pandemie offiziell beendet. Und dennoch gibt es für Spieler vorgesehene Tests in einer bestimmten Abfolge. Sieben Meter nach dem Foul von Gudjonsson an Weber. Es ist wieder mal von Knorr. Und darüber hat sich dann Gustavsson eben beklagt. Im Land gibt es keine Maßnahmen. Und beim Handball muss man die einhalten. Bis hin so weit, dass man sogar in Quarantäne müsste für fünf Tage bei einem positiven Test. Durch die Beine, auf Nummer sicher lieber untenrum als obenrum, sagt sich und denkt sich. Und macht es auch so, Juri Knorr. Jonsson und zweimal Christjansson im isländischen Rückkampf. Er hier seit Oktober erst wieder fit. Elva Jonsson spielt in Melsungen, hatte eine komplizierte Schulteroperation. Und hat sich so gerade noch in den Kader den Isländerer angespielt vor dem Turnier. Zwei Minuten Strafe noch für Julian Köster. Bei der Attacke an Elva Jonsson. Schön froh finde, erst mal auf der Pass finde. Und dann sehr schnelle Beine vom Melsungen. Torwart, Andreas Wolf jetzt draußen. Gustav weiß nicht warum, er war es nicht, sagt er an. Aber auch der Steiner da. So, sechster Feldspieler, Tor ist leer. Weber mit Knorr, mit Steinert. Und Goller am Kreis. Ja, kein Fuß, sondern Oberschenkel zeigt einer der beiden polnischen Schiedsrichter an. Das Tor ist leer, das ist ja Wahnsinn. Und dann hat Widersson überhaupt nicht erkannt. Und dann die Parade im Laufen von Andy Wolf mit der linken Hand. Herrlich. Standing Ovation der Deutschen Bank für ihren Keeper. Und natürlich auch der, ja fast voll, der vielleicht 10.000 Zuschauer. Auszeit von Alfred Gislasser. Gerade will wir gar kein Tor haben. Lass uns eine Vorbewegung machen, mit Aus und Ohnung oder sowas. Ja, oder mit der vorher kurz und dann weg. Wir müssen da klarer über die Zeit. Jetzt haben wir eine Minute Zeit. Und dass wir das abschließen. Erst, wenn wir unter der, wir müssen wechseln können. Du musst schnell raus oder flippen musst schnell raus. Und sonst ist das nicht weg. Okay? Hey. Löwen. Löwen, kommst du nicht. Löwen, kommst du nicht. Mit Außen vorher, oder? Fang gut an, wenn du hier landest. Noch mal. Pass. Hä? Dann bist du auf der Mitte. Ja, kommst du. Also. 1, 2, 3. Pass. Pass. Zwei Sachen von Alfred Gislason sagt den Spielzug an. Jetzt zuletzt hier mit Knorr und mit Weber. Und vorher nochmal appelliert, daran schnell zurückzukommen. Derjenige, der den Torwart dann reinholen soll. Das war ihm dann doch eben zu spät. Die kuriose Aktion von Andreas Wolf geschenkt. Das hätte ein klares Tor für die Isländer sein müssen, wenn Widersson nicht geschlafen hätte. Der Weber, Knorr. Er hat nicht ganz so schnelle Beine wie die beiden. Das ist doch steigert. 38 Sekunden noch in Unterzahl. noch kein Zeichen der polnischen Schiedsrichter, deren viele von der Isländischen Bank und der Aufsetzer von Knorr. 18, 14. Schlechter Pass Gustafsson auf Arnasson. Deswegen Wolf wieder im Kasten. Sieht er nicht. Zieht den oben die Hüfte rum. Unangenehmer Ball für jeden Torhüter auf der Welt. Letzte Minute läuft Kristiansson über Jonsson und für dieses Schubsen vermutlich auf jeden Fall sieben Meter und möglicherweise noch eine persönliche Strafe obendrauf. Das hat auch rechtzeitig noch losgelassen, Simon Ernst. Spielbestimmter Mann bislang, der jetzt gleich nochmal gefordert ist. 35 Sekunden vor dem Ende. Und jetzt hat er mal lange gewartet, ihm nichts angeboten und dann ist er mit dem rechten Knie dran, Andi Wolf. Und jetzt sogar noch die Möglichkeit auf 19, 14 davon zu ziehen. Also die Angriffsleistung exzellent. Und der Mann, der den Rhythmus vorgibt, vorn, das ist Juri Knorr, kommt jetzt gerade wieder hoch. Philipp Weber tankt sich da durch. Und das dürfte der Halbzeitstand sein. Ist so. Tolle jetzt. Am 40. raus. Dann kam er gut rein, Berlin. Und musste dann doch schnell wieder runter. Also zweite Hälfte, die sollte dann im Idealfall besser ausfallen als gestern. Und die deutsche Mannschaft quasi unverändert. Mit Knorr jetzt sogar auf der Halbposition deckend drüben. Und hier Christoph Steinhardt auf der anderen Halbposition. Mittelblock bleibt gleich mit Köster im Ansatz gegen Christianson. Und Johannes Goller. Neuer Mann auf Rückraummitte. Jetzt bei Rückraummitte. Jetzt bei Rückraummitte. Jetzt bei den Isländern. Jetzt kommt er hier an den Ball. Janus Dadis Marason hat gestern nah dran an vier Schritten. Das Spiel in die richtige Richtung gelenkt. Treffer der 15. von rechts außen. Gut Jansson. Ballverlust Julian Köster. Hitten sich in der ersten Hälfte in Grenzen die technischen Fehler. Viggo Christianson. Wieder dieser Start. Gutes Start der Isländer. Den haben wir gestern schon in beiden Hälften gesehen. Jeweils die ersten drei Treffer für die Männer von der rauen Insel im Nordatlantik. Vorne kommt dann Hälfner für Steinert. Der Rest identisch. Hat sogar seinen Namen auf den Schuhen stehen. Primären Gislason, den sie in Mannheim nur Alfred nennen. In Anlehnung an den deutschen Bundestrainer. Julian Köster, Kai Hälfner. Setzt Goller die Sperre. Ist er noch dran, Heil Grimmsson. Das ist dann aber nicht entscheidend. Im Fallen. Freiwurf für Analfreya Arneson. Mann mit der 21. Der jetzt auch mehr Spielanteile bekommt. Der Kreisläufer der Hessen aus Melsungen. Insgesamt acht aktuelle Bundesligaspieler im Kader. Der Isländer dazu sechs ehemalige. Und nur einer mit dem 37-jährigen Torwart, der noch und wieder in der Heimat spielt. Gustavsson. Smarason mit Islason. Magdeburgs Spielmacher heute. Insgesamt mit einer besseren Partie als gestern. Kam ja auch aus dem Training raus. Das gilt natürlich für beide Mannschaften. Gestern doch enorm viel technische Fehler. Speziell bei den beiden aus Magdeburg. Ja, freier Wurf für Goller. Gut, dass die polnischen Schiedsrichter das laufen lassen. Wurde links leicht gehalten, aber auch keine Proteste. Der Stil von Kno. Ja, ist keiner, der den Tempogegenstoß liebt und den Körper dafür hat. Jörg des Goller. Deswegen muss er verzögern und hintenrum spielen. Fällt ihm Jonsson noch auf die Beine. Julian Köster, schmerzverzerrtes Gesicht, aber weiter geht's für den 22-jährigen aus Gummersbach. Und sieben Meter Pluszeitstrafe für Lukas Mertens. Nach der Aktion gegen Gutjonsson hat ihn wahrscheinlich dann im Sprung behindert. Steht im Kreis. Ja, und dann touchiert er noch mit dem rechten Bein den Rechtsaußen. Und deswegen kommt der Zufall, dass der Treffer von Julian Köster könnte ein Mann für die leichten Tore sein aus dem Rückraum. Der längste im deutschen Team. Jetzt Christian Zonn gegen Gürrleim. Ja, lässt sich erst wieder verladen, aber nicht so komplett auf die andere Seite. Und dann ist er in der linken Ecke. Wäre schon gut, wenn du mit zwei Torhütern die Erfolgserlebnisse gehabt haben in die WM startest. Wolf ist voll da, ist die klare Nummer eins von Alfred Gislason. Und er jetzt nur deswegen draußen, weil die Deutschen vorne mit sechs Feldspielern agieren wollen. Gürrleim könnte die ideale Ergänzung sein. Technischer Fehler auf Seiten der Deutschen. Auch das völlig okay. Und jetzt hier haben wir den Kopftreffer von Arnason gegen Gürrleim. Das ist keine freie Spielsituation, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie hier irgendwas machen würden. Nee, nee. Ist okay. Schau mal auf hier für den Paul Gustafsson, der eben am Kopf getroffen wurde. Ist auch mehr Oberkörper als Gesicht und im Prinzip auch der Ball vom eigenen Arm ins Gesicht geprallt. Also das ist ein entscheidendes Kriterium. Bei der WM können sich die Schiedsrichter das dann per Videobeweis anschauen. Diverse Kameras sind da speziell für die Schiedsrichter im Einsatz, die sie dann abrufen können. direkt hinter dem Kampfgericht. Aber auch das richtig gesehen von den palmischen Unparteiischen, die bei der WM nicht dabei sind. No-Look-Pass von Knorr auf Goller. Die Achse funktioniert. Und der funktioniert auch wie schon die gesamte Saison über Gisli Christianson. Genuss ihm zuzuschauen. Tanzt der Paul Drucks aus. Hat wahrscheinlich die allerschnellsten Beine im Welthandball. Vielleicht sogar noch schnellerer als Juri Knorr. Und ich freue mich ganz besonders, dass Christianson auch wieder bei 100% in seinen Würfen ist. Hat ja schon viele Schulteroperationen hinter sich gehabt. Auch vor allem in seinen Kieler Zeiten dann auch direkt zu Beginn, als er nach Magdeburg kam, da ging es schon fast um die Karriere. Hat sich dann von einem Schulterspezialisten operieren lassen. Wo auch Paul Drucks und Fabian Biede, die beiden Deutschen, gut behandelt wurden. Und hat auch erzählt, dass er eben fallen lernen musste. Klingt erstmal kurios, aber er hatte immer wieder diese Probleme, weil er quasi im Sturzflug dann auf die Schulter geknallt ist. Und mittlerweile dieses Abrollen, was wir dann bei ihm sehen, er geht ja volle Pulle in Lücken, die es nicht gibt. Gisli Christianson, der jetzt draußen sitzt, aber gleich wieder im Angriff zurückkehrt wird. So, genug erzählt, drei Tore nur noch die Führung für Deutschland. 24 Minuten noch zu spät. Häufen sich jetzt wieder die Fehlpässe. hier und hier unten Fred Gislason erinnert sich darüber. Diese Anspiele an außen und kreis, die müssen kommen. Jetzt ein neuer Mittelblock mit Paul Drucks und Johannes Goller. das ist Marason. Das ist durch die Arbeit des Abwehrspielers, deswegen genauso schwierig Hier auf der anderen Seite der Wurf von Knorr für Heimgrimmsson. Und er entschuldigt sich Paul Drucks für dieses Schubsen in Richtung Schiedsrichter. Kleiner Blickkontakt. Paul von Drucks, Anjonsson, Freiburg für Island. Zeigt sich in Löwenform von Juri Knorr. Und da haben wir Gisli Kristiansson. Boah, was ein Angriff. Und dann zaubern sie mal. Kristiansson, Smarrason, der andere Kristiansson und dann Arnason vom Kreis. Für mich der schönste Treffer des Tages. Speziell wegen des Anspiels von Kristiansson und dieser Aktion von ihm. Dem Kreisläufer Ausmeldung. Ja, Knorr auf Gollard. Hat mit mehr als 80 Prozent eine Topquote in der Bundesliga. Johannes Gollard. Aber das bedeutet natürlich auch, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Kann auch gar nicht sein. Der nächste Treffer von Vigo Kristiansson. Und bei einer Eintore-Führung und ewig grüßt das Murmeltier, nimmt Alfred Gislason die Auszeit. Du bist jetzt wieder in der Abwehr da drin. Okay? Jungs, dadurch können wir besser zurücklaufen. Wir kriegen Kassi in der Eivar über die Gegenstöße in die Tore. Aber vorne schießen wir wieder in sehr, sehr guten Chancen die ganze Zeit. Okay? Und wir richten ihn ja so viel, diese 2-3 zurück, zurück. Der steht doch auf 6 Meter, der hat gar keinen Platz. Der muss nur werfen, der ist nicht kreuz. Komm her, komm her. Auf die Fall, der war. Es ist alles gut. Hey, alles zurück jetzt. Außen hoch, zurück. Kreuz für 2. Also, geht um die Effektivität, Metathema der letzten Europameisterschaft. Gutes Spiel, aber viele Chancen, zu viele liegen gelassen. Und nochmal speziell die Ansage an Juri Knorr, wenn der Kreisläufer im Mittelpunkt nur auf 6 Metern steht, also im Prinzip mit den Hacken am Kreis steht, dann musst du werfen und keinen Pass versuchen. Das ist die Ansage an Knorr und hat dann in Sachen Abwehr appelliert, schnelleres Zurücklaufen, weil sie kassieren, deutlich zu viele Treffer über den Gegenstoß, über den Konter von Eastland. Auftakt-Handlung von dem eingelaufene Mertens und dann wird das Tempo erhöht. Köster zurück im Spiel, zurück sicherlich auch gleich im deutschen Innenblock. Ja, die häufen sich jetzt, diese überflüssigen Fehler beim Passvorschläfen aufkürzten. Das ist eine politische Phase für die Mannschaft. Früher als gestern. Zu diesem Zeitpunkt fielten sie gestern mit 5, 6 Toren. Jetzt sehen wir Christjansson im Zweikampf. Wer gestoppt. Zumindest so fair, dass es eben nur einen Freiwurf gibt. Und Christoph steigt. Keiner, der Dreher oder sonst irgendwas versucht. Gutjansson, gestern katastrophale Quote, wurde dann ausgewechselt gegen Rickardsson. Drei-, viermal gescheitert an Andreas Wölf, der apropos jetzt wieder ins Tor zurückkehrt. Gegen seinen ehemaligen Mannschaftskameraden, aber hier zu spät kommt. Also die schnelle Mitte, die Gegenstöße von Eastland. Das Tempo wird enorm. Und da ist er doch mal, der Dreher. Gerade noch gesagt. Jetzt gibt er geradlinig, tolle Sprungkraft. Und jetzt aus dem Winkel sehen wir es nochmal. Lange Ecke. Lange Ecke, auch der Wurf von Helfner, aber Hulk Rimsson ist da. Lassen viel laufen, finde ich okay. Lukas Mertens, auch das ist fair gestoppt von Jonsson. Läuft zwar mit in den Kreis. Eine tolle Linie, die beiden Schiedsrichter. Weil hier deutlich vor der 6-Meter-Linie kommt der Griff von Jonsson. Klasse Leistung, der Polen. Die Pässe, Passwege sind zugestellt. Helfner will da einen isländischen Fuß im Spiel gesehen haben. Den war nicht so. Also 24 beide. Weil vorn die Lücken nicht mehr da sind. Und die Entscheidungen der Deutschen häufiger falsch ausfallen. Das macht er gut. Klaut Knorr, Gislas, Gislik, Christianson den Ball. Ja, und Pass in den Rücken von Goller. Ärgert sich natürlich. Trotzdem hat der Kapitän den Kreisläufer fängt fast jeden Ball. Aber war in der Vorwärtsbewegung und bekommt den Ball so ein wenig in Hüfthöhe nach hinten gespielt. Und jetzt sind wir in Sachen technischer Fehler schon auf dem Niveau der gesamten ersten Hälfte. Auf Seiten der Deutschen. Ein enormes Tempo. Und das ist der Wolf, der das Tor zunagelt. Den kriegt er dann. In diesem Fall zu spät. Arnason gegen Knorr. Aber das ist eine klasse Parade von Andy Wolf. Gegen den Gummersbacher Stürmesser. Ja, eigentlich streng genommen auch noch deutlich vor dem Kreis die Aktion. Und dennoch diesmal Freiburg gepfiffen. Bravwurf gepfiffen von dem Polen. Der, der so viel macht. Juri Knorr. Da gab es noch. Wahrscheinlich ein bisschen Trash-Talk zwischen Gislason, seiner Mannschaftskollegin und ihm. Vielleicht sehen wir das noch. Ja, hier. Gucken sich die beiden an. Ein kurzes Lächeln. Wahrscheinlich hätte er irgendwas reingerufen. Aber Knorr lässt sich nicht irritieren. Also, die man hat gerne versucht ihn zu schützen. Aber auch die Räume. Wie geht es noch weiter? Stehen Diracken? Öl, stark! Tief! Ach so! Ach so! Ach so! Dann doch wieder der Lieblingswurf von Sigvaldi Gutjonsson, spielt ein Coldstart in Norwegen. Dort haben sie viel vor, wollen irgendwann mal die Champions League gewinnen. Sander Sargos, eine große norwegische Star, wechselt ja auch von Kiel zurück in die Heimat. Ich würde Ihnen gerne sagen, wie viele Tore jetzt Juri Knott tatsächlich schon erzielt hat. Kann das aber leider nicht in der Halle, keine Anzeige. Und um ehrlich zu sein, kann ich ein paar Sachen gleichzeitig, aber leider nicht alles. Enormes Tempo jetzt auch auf der anderen Seite. Gutjonsson, 26 zu 26 und noch 15 Minuten auf der Uhr. Aber im Prinzip ein vergebener sieben Meter, wahrscheinlich sieben bis acht hat er verwandelt. Juri Knorr dazu vier, fünf aus dem Spielverlauf raus. Also bei zwölf, 13 Toren müsste er stehen. Hat er mal in der Bundesliga 15 Mal getroffen für die Mannheimer. Vielleicht nähert er sich dieser Marke heute auch. Es gibt auch keinen Ticker, den wir aufrufen könnten. Also sind da in dieser Hinsicht überfordert. Aber es gibt Kollegen, die heute eigentlich den freien Tag genießen. Und wie schreiben wir? Bei zwölf steht er jetzt. Und bleibt auch erstmal da. Vielen Dank an unseren Handball-Experten in der Redaktion. Den anderen oder die einen der anderen an Lars Gutemann. Stärk und auch richtiger Wechsel im Tor. Andy Wolf gegen Gisli Christiansson. Klasse Niveau, enormes Tempo. Der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Nix. Keiner, gegen den man sich versucht in Form zu bringen. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Knie auf Knie, glaube ich, in diesem Fall. Häfner gegen Jonsson. Mannschaftskameraden aus Melsungen. Zwei mal das rechte Knie, aber für beide geht es mit Sicherheit weiter. Hoffentlich weiter. Wobei der Blick von Häfner geht schon in Richtung Bank. Ne, geht dann für den Moment nicht. Hoffen ist tatsächlich nur ein klassischer Pferdekuss. Und nichts Schlimmeres. Behalte, die Bank. Auf jeden Fall im Auge. Die beiden Physiotherapeuten, Dennis Finke und Reinhold Roth, kümmern sich um den Linkshänder der deutschen Nationalmannschaft. Auch einer der ganz Erfahrenen. Auch einer der Unverzichtbaren. In seiner typischen Position. Das ist absolute Weltklasse, was der Knorder spielt. Und in diesem Fall mit seinem Partner aus Mannheim. Der kennt das. Gislason will es nicht wahrhaben, dass ein Kollege hier den sieben Meter bekommt. Und natürlich ist das die richtige Entscheidung nach dem Fall von Christian Zoll. Also. Knorr ist voll da. Bleibt er hoffentlich auch. Wieder gegen Haim Grimson. Schnörkellos in die Ecke. Und wenn ich mich mal in seinen Kopf versetze, macht richtig Bock heute. Und wieder das Minigespräch mit Klubkollege Gislason. Rolf gegen Smarrason. Konter über Kohlbacher. 28, 26. Tore im Zehn-Sekundentakt. Der 27. Treffer durch Gislik Kristianser. Hat ja nochmal Anfahrt aufgenommen. Der Handballsport durch die Regeländerung im Juli letzten Jahres. Das der Fuß. Ja. Und das des Bilds. Zur Verletzung von Kai Häfner. Arnold Roth da mit dem Eisbeutel. Seitdem eben der Fuß nicht mehr auf der Mittellinie stehen muss. Sondern nur noch im Mittelkreis. Und endlich auch mal ein Treffer von links außen durch Lukas Mertens. Ja, und zwei isländische Trainerfüchse legen sie unten. Der wie ein Tiger da rumwandernde Alfred Gislason. Ja, da kommt Simon Ernst angeflogen. Aber natürlich wahrscheinlich mit den Füßen im Kreis. Und die 2-Minuten-Strafe holt sich aber Julian Köster ab für diese Attacke im Vorfeld. Gegen Smarason. Ist dann die zweite. Was ist das? Ja, hier. Dieses Halten. Boah. Das ist so schön. Eigentlich handelt es üblich. Nichts Besonderes. Lässt ja auch los. Ja, gut. Er fällt zur Seite. Ist leicht am Trikot dran. Aber das ist ein Wurf gegen die Position, die Smarason auch so will. Und Kristianson topfit heute. Im Gegensatz zu gestern. Ein Treffer nach dem anderen durch den Magdeburger. Und auf der anderen Seite durch den Mannheimer Juri Knorr. Die beiden bestimmenden Spielpersönlichkeiten dieser Partie. Zehntausend Fans stehen. Vielleicht bleiben sie stehen für die letzten gut acht Minuten. Mit Rux, mit Knorr, mit Kolbacher. Im Seitwärtsfallen. Und ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn noch ein Abwehrspieler dran ist an ihm. Denn die ganz freien Würfe, die setzt er dann ab und zu mal daneben. Ich glaube, dieses Phänomen früher auch schon bei, und immer noch in Kiel, bei Patrick Winzek. Weil die ja so viel Körperkontakt haben, da ist es schon ungewöhnlich. Parade. Wolf gegen Kristianson. Kurzer Blick des Isländers zu den Schiedsrichtern. Aber kein Grund zu pfeifen. Bleiben bei ihrer Linie. 30, 28. Und ein Sieg, so unwichtig, der in einem Testspiel ist, so wichtig wäre er kurz vor dem Weg nach Caterinz. Jetzt trifft es Christoph Steinert, den anderen Mann von halb links. Guckt immer noch mal, wo Kai Helfner sich aufhält. Nicht mehr auf der Bank, sondern liegt, glaube ich, dahinter. Wird immer noch behandelt. Und er bekommt die Hand von Arnason in Richtung Gesicht. Kleiner Nasenstüber. Durch ihn. 3 Sekunden noch. Das leere Tor. Der Stemmwurf von Arnason abgeblockt. Immer wieder spielt er natürlich auch irgendwie mit dem Feuer. Juri Knorr aus dem Stand heraus. Und jetzt ist nur noch ein Pass frei. Und deswegen der Block für Christoph Steinert. Gegenstoß über Gutjonsson. Gut gerettet. Gutes Rücklaufen. Koizki mit einem Megasprint. Und jetzt hier ein kleines Ringer-Duell zwischen Janik Kohlbacher und Jakima Edison. Kennt sich auch aus zig Jahren in der Bundesliga. Bleibt da am Arm hängen. Aber mit dem Oberkörper kein Griff in den Arm. Und deswegen hat Janik Kohlbacher schon recht. So wollen ihn die Trainer allerdings nicht sehen. Er macht ganz viel mit dem Oberkörper. Bei dem Body würde ich das auch. Aber er braucht die Beine dazu, um nicht hinten dran zu hängen. Gutes Raustreten von Köster auf Christianson. Weil er ihm eben diesen schnellen ersten Schritt nimmt. Denn irgendwann kommst du kaum mehr hinterher. Ellison nutzt die ihm angebotene kurze Ecke von Andy Wolf. Gestern konnte Gislason mit 40 – 44 Minuten einverstanden sein. Heute mit 54 Minuten. Noch schöner wärs, wenn es dann am Ende zu den 60 kämen. zum 31 29 also jetzt wird in hannover sogar gezaubert freiwurf für island vorne mertens auf steinert kennt man vom magdenburger der dann oft den pass auf rechts außen spielt beim scm oder eben vom rechten flügel auf den linken und gut durchgelaufen vom erlanger von christoph steinert und so kann man eine crunch time dann auch mal spielen mara son mit den beiden christiansons aber eine hat schon wieder angesetzt dann kommt der buzzer von gut mundt so jetzt für die zu hause die der sprache mächtig sind halte ich mal den mund isländisch mit gut mundur gut mundsang also klare ansage an der kreisläufer amazon was er zu tun hat und an gisli christiansson hier noch mal das schönste tor des tages schaut auch weg lucas märten so als würde aufs tor werfen und dann der pass auf den durchstartenden christoph steinert letzten fünf minuten laufen und den kriegt er nicht zu fassen glücklicherweise pass christiansson und den lässt er liegen und größenvorteile köster gegen christiansson den fischt er sich victor hallgrimson stemmhof über den abwehrspieler in die freie ecke durch julian köster und das sieht man mal was leipzig da für ein klasse mann im rückraum hat fast kein qualitätsverlust zwischen marknusson und christiansson ähnliche spielweise der beiden und das noch mal der stemmwurf des jungen manns der in köln wohnt dort studiert und in gummersbach handball spielt julian köster da läuft er glaube ich durch den kreis ne besser sein hoffnicht julkas märten und dann tagt er sich durch nimmt sich jetzt von fast jedem wurf julian köster zu recht 33 30 alles sollte über ihn gehen über armason und dann handi wolf hinterlässt bleibenden eindruck bei den isländern noch mal der blick kai helfner nicht mehr auf der bank sondern dahinter inmitten der beiden physios sieht aber vergleichsweise entspannt aus vermute er wird sein seinen oberschenkel weiter runter kühlen so drei tore vor drei minuten vor dem ende ein bisschen glück dabei der pass von köster auf mertens kriegt er nicht zu greifen und dann das faul an jannik kohlmacher der große schweiger im team und da sehen wir kai helfner den iisball wenn mal mit Steinhardt mit Julian Köster. Freiburg die Aktion, das Foul zur rechten Zeit. Wo ist Köster? Da ist er. Köster mit keinem, nur im Zweikampf mit Gislasser. Zeit von der Uhr, jetzt sind die Arme da, der Schiedsrichter. Passives Spiel, nur noch ein Pass. Der wird auf Julian Köster erfolgen, inmitten rein in die Arme der Isländer. Elison gegen Wolf. Wahnsinnsleistung von Andreas Wolf. Und das wäre doch was, wenn wir ihn mit 31 Jahren nochmal in der Form von vor sieben Jahren sehen würden. Dann hat Elison alle Zeit der Welt und springt fast zu weit in den Kreis. Und da steht er dann. Wird der Winkel schlecht? Und dann zuckt das linke Bein raus. Das sollte doch reichen. Anderthalb Minuten vor dem Ende. Oh! Fehlt ihm die letzte Energie, um den sieben Meter dann zu ziehen. Julian Köster hängt Gislason eigentlich hinten dran. Und jetzt die Parade von Heigrimson. Das mit ihm, mit Gudjonsson, macht das besser, verzögert lange der ehemalige Mannschaftskamerad von Andy Wolf. 45 Sekunden, zwei Tore plus für die deutsche Mannschaft. Die Isländer bleiben defensiv, stellen sie für irgendeinen eine Wurffalle. Jetzt wird dann doch Gislason raus. Und aus seit 30 Sekunden vor dem Ende. Wir haben in der Halle eine andere Zeit als Sie, liebe Zuschauer, zu Hause auf dem Monitor. Hier sind es noch genau 30 Sekunden. So weit. Ja, bitte. Das wird sich nicht anlaufen. Okay. Und dann geht es weiter. Und dann kann es nochmal. Es wird nur darum, dass wir den Ball jetzt auf einen weg müssen. Wir haben drei Pässe bei Nikolaus. Wenn ich Gislason's helfe, dass er aktiv steht auch. Ich bin mit dem Ball. Ich geh weg. Ich geh 1-1, Johnny kommt hinten rum. Komm, Jungs, du hörst das Ding jetzt auch. Jetzt kommt ganz drin. Johnny, Johnny. Also, zufrieden ist er, der Alfred. Kann auch sein. Und jetzt noch das letzte Stück gehen, den Sieg einfahren. Gestern 30-31. Und jetzt sind da noch drei Pässe. Kommt dieser Buzzer jetzt her? Egal, weiter geht's. Kein Stürmerfoul, auch wenn das Ellison gerne hätte. Nur mit Steinert. Er muss gehen. Und das ist dann Stürmerfoul. Aber gut die Uhr runtergespielt. Egal, ob der drin oder nicht drin ist. Der Sieg gehört, nein, nicht nur ihm, aber auch ihm, Andreas Wolf. Deutschland gewinnt gegen Island. Den letzten Test vor der WM mit 33 zu 31. Also, machen wir einen Strich drunter. Steigerung im Vergleich zu gestern, weil die Mannschaft 60 Minuten durchgezogen hat. Mannschaften.